Seit Jahren, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, stand er steif und starr an derselben Stelle und wartete einfach nur. In der Nacht auf den Tag, am Tag auf die Nacht. Kürbiskopf seufzte. Einst war ich mittendrin, heut weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Warum und wofür und als Beweis steh ich hier auf dem Abstellgleis und warte. Was soll ich warte und warte? Wer bin ich? Wenn du dich umsiehst, was kannst du dann sehen? Dass die Jahre so schnell vergehen. Ähm, was machen wir jetzt? Was wir machen? Wir gehen zurück. Was sonst? Wohin zurück? Denn nur vor dir liegt dein Glück. Krähe. Was ist eigentlich Halloween? Auf den Straßen ist heute nur verrücktes Volk. Ab 16 Uhr jeder weiß genau Bescheid. Vorsicht in der Dunkelheit, denn es ist jetzt an der Zeit. Zeit für Halloween. Ein Vogel, der sich nicht vor einer Vogelscheuche gruselt. Ganz ehrlich, kann man noch tiefer sinken. Halt! Stopp! Das war das Tollste, was ich je gemacht habe, Krähe. Nein, das war das Dümmste, was du je gemacht hast. Krähe. Wir sind auf einer ewigen Reise. Ein Leben lang ziehen wir unsere Kreise. Immer vorwärts weiter. Stets voran, bis man nicht mehr kann. Mann, Mann, Mann. Voll lebensmüde, diese Scheuche. Keiner kommt weiter als du. Keiner springt höher und kennt. Keine Grenzen. Nirgendwo. Sie hat sich bewegt. Nein, Robert, Schatz. Das hast du dir eingebildet. Sie ist nur eine Dekoration. Du glaubst, du kennst mich. Du denkst, du weißt, wer ich bin. Immerhin. Du hast ein Bild von mir. Sie heißt Maya. In deinem Album drin. Hallo? Ist da wer? Ein Gespenst vielleicht? Immer ruhig bleiben. Keine Panik kriegen. Kühlen Kopf bewahren. Und dann losfliegen. An was Schönes denken. An die guten Zeiten. Eine Angst hat oft mindestens zwei Seiten. Und wenn du denkst... Hast du niemand anderes, den du nerven kannst? Doch, doch. Aber bei dir macht es am meisten Spaß. Grat. Dann schau. Hab ich doch gesagt, dass die Vogelscheuche echt ist. Morgen ist Halloween. Hehehe, come on. Ich sitz drin. Was soll ich machen? Die Decke fällt mir auf den Kopf. Fernsehen rumstehen. Solche Sachen. Lass mal rausgehen. Jetzt sofort. Yeah. Lass mal rausgehen. Lass mal rausgehen. Wieso ist das also, wenn man dazugehört? Siehst du da am Ende der Straße das Licht? Soll ich darauf zugehen oder nicht? Na, du bist mir ja ein schönes Schreckgespenst. Raa! Krähe, wo... wo warst du? Es ist so leer hier ohne dich. Was mach ich nun? Ich weiß nicht ein noch aus. Was soll ich tun? Ich schau aus dem Fenster. Du bist nicht zu sehen. Es ist so einsam hier und früher war's so schön. Wenn du wiederkommst, dann bin ich da. Danke, Marienkäferchen. Ich warte auf dich bis nächstes Jahr. Du bist der tollste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Und das, was war. Mach's gut. Und wenn du wiederkommst, dann bin ich da. Was macht man eigentlich so den ganzen Tag, wenn man nichts zu tun hat? Krähe lachte. Es genießen, Kürbis. Es einfach... Nur... Genießen. Raa! Tage kommen, Tage gehen. Während man wartet oder Dinge geschehen. Ich habe Dinge gesehen, die waren schlimm und schön. Manche davon werde ich wohl in meinem Leben nie verstehen. Ich weiß so oft nicht, wer in meinem Kopf spricht. Bin ich es selbst oder ein Fremder und der foppt mich. Aber während ich mich drinnen solche Fragen frage, gehen sie draußen einfach weiter diese Tage, Tage. Yeah. Ich bin eine Vogelscheuche. Ich wurde gemacht, um in einem Labyrinth... Nach Kürbis. Und ich bin eine Krähe. Krähe. Und wir sind trotzdem Freunde. Ich bin ein Fremder. Ich bin ein Fremder. Ich bin ein Fremder. Ich bin ein Fremder.